Was willst du von mir? Wir sind hierher gekommen, um die erste Folge für eine Dokuserie über Kannibalismus im 20. Jahrhundert zu drehen. In 1932 und 1933 gab es in der Ukraine eine schlimme Hungersnot, die viele Menschen zu Kannibalen werden ließ. Wir werden Zeitzeugen interviewen, aber hauptsächlich sind wir wegen Boris Glaskow hier. Das ist also das Haus, in dem wir heute Boris Glaskow interviewen. Und dann liegt es auch noch im Schlafzimmer. Wie wär's also, wenn wir den Tisch abräumen und selbst einen Geist beschwören? Inna zeigt uns gleich mit einer traditionellen Methode, wie man das macht. Scheiße, was war das? Was war das denn? Hey, was ist das? Was? Was war das? Ich will jetzt verdammt nochmal wissen, was hier los ist! Was? Was passiert hier? Ray und Stefan Cicatillo. Inna glaubt, dass Cicatillos Geist wegen des Todes seines Bruders Rache nehmen will, der in diesem Haus umgebracht und gegessen wurde. Wir müssen zurückgehen, okay? Hey, was ist los? Seht euch an! Was ist das? Oh mein Gott! Fuck! Ich komme, Katharina! Da ist jemand! Da ist er, was selection, da ist er! Puh, also er! Sieh! Ich Значит! J DUisc No, es ist er! No, es ist er!